Hallo zusammen, ich bin Liva Ilmas, Idealier als Logistiker. Heute zeige ich dir einen Einblick von meinem Alltag bei der Firma Havi Logistik. Die Havi ist Logistikunternehmen für z.B. McDonalds, wo die Ware bereistet und ausliefert. Die Tätigkeiten, die ich hier bei der Havi mache, sind z.B. Kommissionieren, Staplerfahren und Wareingang. Die Anforderungen für den Beruf Logistiker sind Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein, Selbstständigkeit, Austausch- und Konzentrationsfähigkeit. Ich habe mich für die Lehre bei der Havi entschieden, weil es mich schon immer interessiert hat, wie der ganze Prozess der McDonalds-Produkte verarbeitet wird, bis es dann schlussendlich auf dem Tabler landet. Und weil es ausserdem wichtig ist, eine körperliche Arbeit auszuführen. Der Zusammenhalt im Team ist super, wir schauen alle zueinander und sind alle hilfsbereit. Ich als Lehrling bekomme sehr viel Verantwortung in dem, dass ich den Wareingang alleine machen und alleine kommissionieren darf. Das persönliche Highlight, das ich meiner Lehre erlebe, ist, dass ich bei minus 20 Grad im Tiefehlager arbeiten darf. Jetzt hast du meinen Alltag gesehen als Logistiker. Wenn ich die Neugierig mache, dann begriff ich das gut noch bei euch. Mein Vrijehuis!